Hallo, das ist die Hula. Wir werden heute ein bisschen abarbeiten, was die Lade umgehen ist. Jetzt hier diese Lade öffnen, dann zu dieser Plastikflasche laufen, die Plastikflasche in die Lade wirfen, die Lade wieder zumachen und sich mit einem Keller von unserem Publikum verabschieden. Da haben wir einiges zu tun. Lass uns arbeiten. Schlag ein High Five. Gut gemacht. Super. Du, zieh. Gut gemacht. Du, bring die Flasche in die Lade. Bring die Flasche in die Lade. Gut gemacht. Mach die Lade durch. Super. Du, du siehst. Und verabschiede dich. Gib laut. Gut gemacht. Super. Ich laufe. Super. Super. Untertitelung. BR 2018